Warum bist du denn jetzt hier drin? Warum bist du da hier drin? Holum Rass! Warum bin ich im Knast? Hallo, ich hatte ewig lang Ladebeil. Okay, du bist ja hier, du stirbst ja oft. Du kannst jetzt, du willst ja, du killst ja nicht, oder? Zumindest nicht in der Kirche, ne? Hier tötet man nichts. Hier tötet man nicht. Hier darf man nicht. Hier darf man nicht. Hier darf man nicht. Ja, in der Kirche wird nicht getötet. Wieso, bist du schon wieder Killer? Bist du schon wieder Killer? Ich bin nie Killer. Ich bin immer fein. Oh, ich hab's abokiert, so. Aber... Machen die das ordentlich? Nicht das Wasser. Wir haben einen Toten. Wir haben einen Toten. Der ist bestimmt schon wieder aufgegessen worden. Wir haben zwei Tote... Was? Was? Hast du Hunger? Lügner. Hast du Hunger? Ist ich sehr sicher, das macht mir Angst. Ich bin jetzt hier der Kassierer. Ich verhunger so ein bisschen. Schönen guten Tag, ich würde gern ein bisschen Geld aufheben. Ja, auf ihrem Konto befindet sich kein Geld. Hallo! Ja, ich brauch Dispo-Kredit. Den geben wir nicht. Zeigen sie ihr Gesicht, sie haben eine Maske auf. Ich muss wissen, wer das ist. Weißen sie sich auf. Hendo ist Überfall. Sie haben gar keinen... Haben sie eine Waffe? Hoffentlich. Ja, das ist mein Kollege neben Ihnen. Der zeigt Ihnen gerade die Waffe. Nein. Ja, hier, Hendo. Nein, nein, nein. Haben sie... wo denn? Hendo oder ich schießen. Sie dürfen... Ich geh in die Kirche, dann darf man nicht. In der Kirche darf man nicht. Jetzt bleiben sie hier aber noch schweben. In der Kirche wird nicht gekillt. In der Kirche wird nicht gekillt. In der Kirche wird nicht gekillt. Darfst du nicht? Nein, nein, nein. Darf man nicht. In der Kirche wird nicht gekillt. Die beisten. Ich höre mir den... Beicht mal. Da, Luca! Hä? 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 Was passiert? Hä? Ich weiß nicht, aber es ist sehr laut. Ich muss... Was ist da passiert? Ich hab reportet? Hä? 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 Ähm, konnte natürlich ein Profi gewesen sein. Naja, es gibt... Es gibt... Es gibt... Es gibt auf der Map... Auf der Map gibt's auch Lava. Weiß nicht, ob sie davor schon gab, aber es gibt ja auch hier. Ah, okay. Ja, aber... Also, Franzi, Holland und ich waren gerade auf einem Fleck. Und äh, äh, im Nebel und auf einmal reporte ich. Ja, und vor allem plötzlich ist Holland tot, die hat gerade noch geredet. Die hat gerade noch geredet. Ja, okay, Franzi, erzähl. Ohhhh... Nee, ich hab nichts gemacht diesmal. Also, diesmal wirklich nicht. Ohhhh... Okay. Ja, ne? Gut. Ja, also... Ja. Du musst ein Vampir gewesen sein. Ja, Moment. Also, die Leiche habt ihr reportet. Die lag neben euch, oder was? Nee, ich weiß nicht. Nee, ich hab sie nicht gesehen. Wir sind zusammen rumgelaufen, reden alle zusammen und auf einmal reporte ich Holla. Die hat halt auch die Kapuze über die Augen. Wo warst du denn ungefähr beim Report? Äh, da wo man aus der Gelddruckmaschine rauskommt, da in dem Nebel. Okay. Ja. Knechti hat eben gecallt, als der erste Alarm anging, der Feueralarm, dass der unten vom Hafen war. Also, Knechti war Techniken. Und dafür rausgehen... Also, für den Alarm kann ich rausgehen, der Kunde an der Maxi, die waren da direkt bei ihm. Ja, ich auch. Und Knechti auch, Naro. Wir waren oben neben dem Bürgermeisterhof. Ich war nicht neben dem Bürgermeisterhof. Ja, aber da waren wir an der Ecke. Ich sag, es war... Diewie. Aber übrigens, in der Kirche wird nicht gekehlt. Nee, diewie war das nicht. Keine Morde der Kirche. Keine Morde der Kirche. Keine Morde der Kirche. Kurz vorher warst du da oben, Kondon. Ich war aber nie beim Bürgermeister. Nein, aber davor an dem Haus warst du da nicht. Ich war beim Frisur. Da sind wieder komische Dinge passiert, glaube ich. Also, weißt du wieder was? Ich habe keine Dinge gesehen, auch wenn ich so aussehe. Keine Morde der Kirche. Keine Morde der Kirche. Es wird nebelig. Es wird nebelig. Keine Morde der Kirche. Smoke weed every day, the day, the day. Keine Morde der Kirche. Andy hat gerade gesagt, in der Kirche wird nicht gekillt. Bitte haltet euch dran. Wer möchte eine Rede halten? Ich habe mir besser draußen liegen lassen. Ich bin hier schon bereit, eine Rede zu lassen. Warte, ich stelle mich hier hin. Ich bin zwar übelst discht, aber ich würde eine Rede halten. Fertig. Tschüss. Ich weiß nichts. Ich bin unkreativ. Danke. Das war ja underwhelming. Ich weiß. Lass Items, Items kann sowas. Items, eine Rede. Items. Eine Rede? Okay. Eine Rede. Eine Rede, eine Rede. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammen zu kommen, um mit gemeinsamen Bemühungen das Mindesthaltbarkeitdatum von Toastbrot zu erhöhen. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, Toastbrot lange und wirklich ananhalten in unserer Wohnung aufzubewahren. Deswegen habe ich euch einen Flyer gedruckt. Hier, bitteschön, einer für dich. Und wir wollten ganz... Das ist jetzt panisch. Nee, das ist ein Verkaufsgespräch. Sie gehen nicht. Außerdem haben wir auch noch die Weizenlobby mit drin. Hier haben Sie noch einen Flyer, bitteschön. Oh, warte. Und, ähm, ja, da ist es... Sehen Sie, was draufsteht? Es geht größtenteils um das Mindesthaltbarkeitsdatum. Haben Sie schon einen Flyer? Hier, bitteschön. Ähm... Der hustet alle an! Oh, scheiße! Was waren diese Kornhose-Joghurt-Kulturen? Warum muss er es Fingern? Habe ich auch verstanden. Fingerabdrücke! Wir mussten nur Fingern, ey! Also wenn Items euch einen Flyer geben will, lauft. Und, äh, ja, vor der Kirche liegt Maxi. Keine Morde in der Kirche. Ja, da hat... Maxi wollte wahrscheinlich zur Kirche flüchten und vor ihm wurden die Türen zugemacht. Ja. Oh Gott, das ist fies. Vor dem Rathaus, also zwischen Rathaus und Kirche wurde er getötet. Ich weiß noch, Kipi und Judy waren im Knast eingesperrt. Ja, wir waren eingesperrt. Wir waren aber nur über die Türen zugegen. Wir waren nicht richtig im Knast. Ihr wart in einem Event, das keine einsperren. Wir wurden bei einer Verkaufs-Kaffeefahrt, ähm, eingesperrt. Mindesthaltbarkeitsdatum von Toastbrot ist ein wichtiges Anliegen. Ja. Ich bin leicht erkältet auf einmal, Fred. Ja, ich fühl mich auch so gut. Bei der nassen Luft ist echt schlimm. Ja. Und ich hab hier so einen Flyer bekommen, da steht drauf, ich hab dich ange... Oh, das ist weggewischt. An dem Flyer war auch schnodder dran. Der ist auch so grün, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ein bisschen. Ja, der ist auch ein bisschen weiter, den musste ich auf den Pust holen. Es gibt doch auch gar keine grünen Gänse, oder? Hab ich noch nie gesehen. Hey, doch, doch. Kanadische, kanadische Gänse. In Holland werden die Tauben auch bunt gefärbt. Vielleicht gibt's das mit Gänse auch. Oh, Schatz! Schatz wurden verteilt. Okay, wer war das? Ich war das. Okay, nice. Nice. Dieser Sound ist aber auch böse, ey. Der kommt auch immer so geil, wenn er geschossen wird. Ja, ja, ja. Also Ilebs hab ich jetzt als, ähm, rotzende Taube identifiziert. Nice, dann haben wir Gipi und Malu. Ich glaub, das war Juli. Okay, Gipi war eingesperrt. Juli wollte wen voten, aber hat wieder nicht gemerkt, dass es nicht geht. Wir kann nicht Gipi. Ja. Sehr, sehr eng geworden, Verhaltens. Okay, ich hab ein Target ausgesucht. Andi hat's mir genannt. Muss auch langsam, glaub ich. Aber ich darf immer noch nicht auffliegen, das ist das Problem. Entschuldigen Sie! Hallo! Hallo! Da ist wer drin. Suchen Sie wen? Da ist wer drin, aber die Türen sind vorgegangen. Hier. Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Hallo! Bist du ein Killer? Also bist du der? Ich bin keiner. Ne. Aber wer hat dann, wer hat dann gerade auf einem geschossen? Und warum hast du das gesagt? Äh, einfach so arg, ne? Ich war, ich glaube... Wir müssen den schnell loswerden, weil meine Rolle ist auch bekannt. Was bist du denn? Schwert, oder? Ja, klar willst du das wissen. Schwert. Ich hab' ne Leiche gefunden. Und äh, die Leiche liegt unterm... Über der Bank, unter dem Rathaus. Wen hast du gefunden? Das war Juli. 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 Die, wie hast du davor wen rechts gesehen? Nur am Anfang der Runde habe ich Mino und Franzi gesehen, die sind zusammengespawnt, aber die sind nach unten gegangen. Das stimmt. Mino ist böse. Und dann habt ihr gesagt, ich werde sterben und dann wurde ich eingesperrt. Wir müssen jetzt schnell den loswerden, der schießen kann, bitte. Was hättest du denn? Das ist Dalu? Weiß ich nicht. Ich hab' zwei Leute meine Rolle gesagt und die leben noch, deswegen... Ich sehe die ganze Zeit rote Kreise auch von der Map. Hier wird ganz frech sabotiert ständig, aber ich finde den Tumpen nie, weil die Akte sind zu viel weg. Ja, also links waren Dalu, Nephi, Maru, Andi, habe ich das Teil gesehen? Ich spiele mal mit mir im Dingster. Ich habe gesagt, dass es Curry was zumal im Preis gibt. Ja, ja. Also ich glaube, ein Killer, der trägt schon Blut an sich. Die war auch nicht. 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 Ich trage gar kein Blut. Du warst vorher nicht rot, als wir gerade im Ding waren, was noch weiß. Äh, das ist nun mal natürliche Färbung. Ich bin sehr... Und wir haben auch nur noch eine Runde, oder? Wir müssen jetzt wen rausworten. Da du sag mal, wen wir wollen. Wissen wir? Ich würde gerne wissen, warum Andi Maru gecallt hat. Deswegen habe ich mich von Maru fern gehabt. Jetzt schnell ist es nicht. Der hat den Kill gerade auch nicht gemacht. Jetzt schnell, jetzt schnell. Nee, 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 nee. Ich habe meinen Call genannt. Ich habe keinen Call genannt. Ich habe keinen Call genannt. Ich habe keinen Call genannt. Ich kann mit Geistern reden. Ich habe eh ein Geld auf dem Kopf. Warum kriege ich denn jetzt zwei Boots? Was denn was? Was denn was? Was denn was? Die Runde ist vorbei, ihr Lieben. Ich sage halt mal so, wie es ist. Andi... Nee, du bist nur Schessanat, ob ihr Walle. Andi, warum... Warum denkst du, dass Maru es ist? Ich habe Maru doch gar nicht gecallt. Doch, du hattest in der einen Runde gesagt, Maru und Franz sind also Killer. Da wurd's sabotiert! Hä? Was hattest du? Das hast du gesagt! Nein, das hab ich schon gesagt. Nein, das hab ich schon gesagt. Das hast du gesagt! Lass uns... Evie? Warum gibst du dich als Medium aus? Nein. Damit ich nicht erschossen werde. Okay. Dann hoffe ich... Äh, man... Oh nein! Scheiße! Oh nein! Nein! Der Bürgermeister wird uns helfen! Der Bürgermeister wird uns retten! Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister! Der Bürgermeister! Hallo! Hilfe! Hallo! Okay, wir müssen jetzt zusammen raus. Wir müssen... Es sind böse in der Stadt. Jetzt wir als Team! Oh! Fuck! Da, Divi, was wisse... Hier... Okay! Da, dass wir... Da, die... Da, die... Da, die... Dann, die... Da, die... die ganze zeit gar nicht gesehen ich bin böse haben uns gar nicht gesehen außer ganz am anfang ich glaube aber unabhängig davon scheiße die wie was bist du denn dann wenn du gerade gelogen hast ja ich das erklärt natürlich also es ist auch nur eine in der ganzen zeit gestorben und ich habe relativ zügig gesucht hast du den dahin ging er war tot als wir eingesperrt waren da ist er gestorben da habe ich aber noch keine geister gesehen als die türen zu ja die ich weiß was du erzählst was ja ja ich hab da auch keine ich hab da auch keine geister gesehen aber ich habe da wirklich keine menschen ganz gut das ist ja warum 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 weil sie in der moment sie im hos da ist es immer nicht aber dann so war ich finde wir sollten ich wurde sonst erzählst ja mal eine lebensgeschichte ja es ist also immer immer rede ich voll viel ich habe maro auf jeden fall geworden warum das denn knast das war es für uns ja kurz und warum bin ich im klassen das weiß ich jetzt auch nicht aber dann warum bin ich im knast verurteilt für verdächtiges aussehen das weiß ich nicht es gibt ja ich hatte mir ein boot ist knast du da hab ich wohl nicht raus ich habe aber noch okay die wie das klingt jetzt schlecht werden also erst mal ich habe ich habe gekehlt ich habe auf kehl spand ich wollte eigentlich die ganze zeit schon maro killen ich bin vigilante und ich weiß was du bist und ich bin eine einzige chance dass wir noch gewinnen können ich habe nur kein kill mehr die beiden werden imposter sein du bist ja felken und deswegen kann ich skippe mit dir auch die wie du musst jetzt und sind wir am arsch ich will ich spiele mit die wie du verlierst doch gar kein falke ja okay du bist nicht der falke ich bin der falke du bist der wie gelandet genau so was also ich bin nicht der der das tz schießen kann kann sie erzählen mal was hast du gefunden ja franz sag mal wie du den bait reportet hast also ich hab nio getötet sag mal franzi wie du den bait umgebracht hast das ist jetzt so eine sehr wichtige frage also ich habe überlegt wie es am besten mache und ich habe mich dafür entschieden ihm einfach mein messer in den rücken zu stechen ja ja das ist gelacht die video und auch holla getötet sie war von anfang an klar weil ich war die ganze auf marburg irgendwie eingeschossen aber er meinte minu haula habe ich nicht getötet ja war ja auch professionell das heißt sie waren wir da nur die wir in knast stecken wir beide müssen jetzt denselben voten dann gehen wir beide auf franzi erwarten auf dich ja oder aber warum wollte mich in den knast stecken warum muss geben wir müssen wir müssen skippen wir müssen überhaupt nicht skippen die wir noch doch wenn die valko muskippen die ww wir skippen die wie ich gebe mit dir glaube ich den natürlich gibt mich mit dir ich konnte nur einmal schießen ich komme jetzt in den knast du musst jetzt da fertig machen der schießende lebt doch noch ich gehe hier schießen durch die stadt ich gehe jetzt hier schießen durch die city mach auf und es wird geschossen ich habe den besseren ping ich habe noch 50 sekunden ich werde hier finden mal aber du bist hier gelaufen wo bist du scheiße ich bin nicht erinnert obwohl der alarm ist survive or kill the other ducks mein timer läuft mein timer ist sogar besser also Oh mein Gott! Kannst du Türen schließen dann? Nee, mich hat einer von euch eingespillt. Ich war doch nicht. Ich war doch nicht. Ich bin schießend durch die Stadt gegangen. Ich hab die Leertaste gemacht wie kein zweiter. Ich auch. Die waren alle böse und haben mich aufgelegt. Die, wie deswegen, wenn ich rausgeflogen wäre, wäre direkt zu Ende gewesen. Aber es konnte noch einer von den schießen, weil die eine Sessin hatten. Mann. Nee. Ich bin gleich nur zu. Kapperschnupf. Gar nicht. Aha. Du warst also der Fressende. Leg' meinen Händen da. Das war mein Spruch. Den hab ich schon geklaut. Ha, ha. Ehh. Also, Franzi. Die Kirche darf keiner gekillt werden. Die Kirche darf keiner. Das darf nicht. Das darf nicht. Das darf nicht. Die Kirche darf nicht getötet werden. Ja gut. Dann bleibt man in der Kirche. Dann darf keiner gekillt werden. Keiner nicht getötet werden. Sonst gehen wir hier oben hin. Geh mal hier hoch. Ja. Oh, da bist nicht mehr in der Kirche. Oh, äh. da ist aber nicht mehr gibt sie gut ja in der kirche darf nicht gehen komm her darfst du nicht wenn ich doch machen franz die spiel mit dem feuer sie ist nicht in der kirche sie hat getötet aber gibt es nicht mehr in der kirche fans gegessen ja ich glaube du hast gegessen und das ist einfach keine tot jetzt habe ich blähungen mich einfach gekillt obwohl ich dein kollege war ja was hältst du auch etwas her da war niemand doch alt ist es gerade aus dem bank gekommen das ganze geld was ich für die ganzen tt-runden noch kriege abheben ich rede gerade selber mit dem kredit auf mann 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 da gehe ich nicht rein da brennt ja da ist irgendjemand drin oder und dran ist da drin oh mein gott kundran ist ja jetzt vielleicht auch mal feuerlöscher gesucht hier ist ganz drin hat nichts gesehen auf dem marktplatz oder nicht auf so einem platz nein also ich sage es doch nur und rolle und wir sind weiblich mindestens muss weniger von den zeug nehmen was ich nehme ich sehe dinge also hast du was gegen mehr also ja ich glaube ihr wollt nur hier amazon haft die männer fertig machen und jetzt haben wir haben gesagt wir könnten mich töten und dann vielleicht auch gebiet töten wir wollen eigentlich umbringen wir wollen wir wollen mich dazu angestach aber wir wollten an die und da wir machen und wir wollen nicht zu stecken haben ein messer klebt noch so in meiner hosentasche reingenommen dass julie als double kill und jetzt sagt die items damit zu fett was also er hat mir in der mitte der runde noch einen anmachspruch gedrückt also so lange kann eine katze ja also ich war gerade mit soli und minu weg und die waren es nicht ich glaube ich vertrauen und wer ist uns alle vier was mit die die ist auch eine frau und gewesen sind böse also an die kinder von der frauen sind böse die abstinke an die du kannst du es gibt ja ich kann ja an die als das hat immer da nur du weißt was ich bin bist du die zehn prozent nein die wieder nicht warum gehen die imposter so langsam bist du die zehn prozent nein ich bin die 0 prozent ich bin die positive weil es gibt ja nicht so viele imposter rollen ich glaube man sieht den doch man hat auch immer den der schießen kann deswegen traue ich mich ja ich weiß aber ich habe es jetzt halt halt für den lux an der dollerei mal gemacht ich war noch nie wenden wollte das mal ausprobieren mich können sie nicht ab bist du der ich sammle geld ja also ich diesen eben zu viel lang gelaufen die mädels oder zu fünft die wir nicht dabei auf vor sich ruhig vor ich sterbe das feuer gelöscht ich rette euch noch mal nach oben links nein hallo hallo julie was ist da gerade passieren also franzi zu dir wollte doch im gaben herrn ja also mir nur als schon wieder etwas von damit und dann ist mir nur umgefallen wahrscheinlich wegen wie nur die ganze dass ein double kill gemacht weil sie kanadien gus war genau genau warum die ich glaube auf studie ist ein feuer teufel ja weil ich nichts böses gemacht habe ich habe also alle frauen hier in der lobby sind also wir müssen jetzt franzi rausworten weil die ist neben da die einzige weiß was ich bin und die hat anscheinend im dings gekillt so tschüss ich sage aber ich glaube hier ist hier ihr seid eben lang gelaufen sie haben sie sagen ja julie wackel dabei machen aber frage ich jetzt mal ganz kurz spaß beiseite minu war ja bald warum aber warum hast du gekillt ich möchte mich dazu nicht äußern aber du hast ja gekillt oder mit welcher animation das eine auswählen mit dem abend ich jetzt sage dass ich wenn ich jetzt sage dass ich nicht gekillt habe aber wer uns dann der report sagt mir doch was war ja wahrscheinlich wieder holla oder julie okay dann sagt mir nach wie wir alle franzi wie kann ich sein aha holla oder julie wenn wir holla wollte mich bei der weh auch also franzi ich habe dich jetzt lange genug verteidigt vielleicht ist es ja doch franzi ich glaube wir haben unterschiedlich geworden ich glaube auch da wird der kabouter ist 400 jahre alt er lebt in einem zwergenhaus versteckt im tiefenwald boah die war ja er hilft vorher nur kassel dieser kleine zwergenmann aber ich kenne die ich kenne das da der kabouter unser bester freund ich muss dir was sagen ihr seid beides mörder oder scheiße ich 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 nein ich krieg's nicht über mein ich krieg's nicht über scherz aber weißt du du hast mir so weh getan und ha du hast ihm weh getan die beloch war im fettig an dich du hast mir weh getan weißt du du hast mich verletzt hallo ich habe ich weiß viele rollen ich habe angst ich habe den text nicht rausgesucht den kenne ich hier gelaufen wo ist die leiche ok in der kirche anscheinend ist doch die meine kirche wir haben wir kamen auf jeden fall holla entgegen oh holla ja wenn die kirche ne das ist nicht passiert ach die ich habe eine info ah es ist gleich passiert vorher divi und holla kam gerade rein und dann ist divi abgestorben und dann bin ich genau ich habe eine info bezüglich divi divi hat sich vor mir in mich verwandelt und dann habe ich mich in mich selbst verliebt aber deswegen weiß ich dass divi morfling war das heißt das war der felken der jetzt gekillt hat also ist holla felken ne also wir haben einen felken aber dann ist ja ein guter tot ein böseres tot ja safe äh aber ich hast du dich vielleicht verdrückt als du in den in den gulli springen wolltest marco ich ja der gulli ist oben rechts also ich habe immer eingeladen und ihr habt euch einfach vertan und ihr habt den ihr habt den morfling gekillt und nicht den mimik und deswegen das wäre jetzt eine professionelllage oh ich bin immer eine professionellöche gelaufen ok also holla ist böse ich bin nicht böse ich kann auch sagen dass julie in einem roten kreis stand als das feuer an ging der es gibt hier aus einem vent rausgesprungen ist oh ich kann das nicht ich brauche nichts machen dann seht ihr das nicht das zu callen wenn man nicht weiß ob es einen attentäter gibt ist echt ich bin nicht anders ich bin nicht anders ja Also du bist noch im Rennen und Maru. Einer von euch ist Fell. Maru auch noch. Ja, Maru spinnt. Ich war letzte Runde. Ich mach ihn fertig, ich mach ihn fertig, Julie. Ich mach ihn fertig. Komm, Julie, geh in die Abwahl. Ich mach ihn fertig. Ich kann ihn nicht töten. Na klar. Komm, ey. Julie, geh. Such ihn, such ihn. Ich zeig dir, wer ich bin, Julie. Nee. Hier. Es ist gerade einer. Wir haben einen Toten. Ja, aber wir haben auch einen Toten. Schon wieder? Ja, ja. Wer hat dafür gesorgt? Weiß ich nicht. Nee, nee. Ich hab... Wer ist denn tot? Ich hab doch jetzt gerade alle gesehen, oder? Irgendwer fehlt. Nein! Ich wollte Nefi weglocken. Ich wollte ihn töten. Ich dachte, da bin ich in eine dunkle Ecke ziehen und ermorden. Deswegen war es. Es war Notwehr. Ja, ich bin Vigilante. Oh, nein! Und du... Du... Du dachtest, er killt dich jetzt, oder wie? Das Film hat er am Anfang herum gesagt. Ich hab immer Nefi erschossen. Das war... Das war's kritisch, ja. Danu hat sich nämlich von allen entfernt, und ich bin ihm hinterhergelaufen. Und... Ich hab grad noch Gippys Leiche auch gesehen, bevor ich jetzt zu reporten konnte. Die hat Dalu dann angeblich gesucht, vielleicht... Dann war er vielleicht eh nur... Dann... Oder Geier. Oder Geier. Dann weiß ich, wer der letzte Killer ist. Also, Nefi, du denkst... Wer Nefi ist. Und zwar magst dich daran, dass wenn du in die Polizeiwache reingeht, da nichts ist, er wieder rauskommt. Warum soll... Adi, wieso sollte ich das jetzt callen, dass Gippin da liegt? Ich wollte ihn da in die Ecke locken. Also, Anfang der Runde bin ich mit Gippin und Juli zusammengespawnt. Dann hab ich die beiden verloren. Dann Dalu kam noch irgendwann dazu. Dann war ich mit Kunra ne ganze Zeit unterwegs. Dann sind wir runtergelaufen, Feuer ausgemacht. Das sind aber keine Argumente. Nein, 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 nein. Ich kann immer nur was sagen. Ich hab mich mit Maro unterhalten die ganze Zeit. Ja, also, ich bin immer an Juli oder Minut damals das erste Feuer gelegt haben, aber das zweite Feuer kam nicht von Juli. Nefi ist selten, die Lande, das hat er am Anfang der Runde gesagt. Ich wollte ganz sagen, wo war's denn jetzt so? Ja, aber der Lover, Andi, ist, glaub ich, immer mit ner Ente verbunden. Nö, nö. Ich hab uns zwei in der Runde gehabt, wo beide... Echt? Okay, okay. Ich dachte, der wär immer mit ner Ente connected. Okay. Und da eben schon... Maro, wie sicher bist du mit Julis Feuer? Worte ich Juli. Äh, es war ein großer roter Kreis, da wo ich mit Juli und Minut gelaufen bin. Dann wären wir beide nämlich weg gewesen. Und Nefi ist Vigilante. Safe. Ach, Jungs. Ich hatte ne gute Chance. Ich hatte ne gute Chance. Ich hatte ne gute Chance. Ich war im Rennen. Geier, wenn da ein Profi unterwegs ist, ist ja richtig arschig, ey. Holy shit. Ja, stimmt. Da du wolltest du stechen in dem Moment. Ja, mir war's egal wen ich weglocke. Ich wollte dich da in die... Ja, okay. Ich wusste, dass du mich nämlich weglockst. Das fühlte sich nämlich genauso an. Du hast eine Weiche gesucht. Ja, ich weiß.